Zwei alte Freunde, Karl und Fritz, saßen zusammen in der Kneipe und unterhielten sich bei ein paar Bieren, schließlich mussten beide gleichzeitig zur Toilette und stellten sich nebeneinander an die Pissoirs, während sie weiter plauderten. Da bemerkt Fritz, dass Karl ziemlich gut bestückt war und meinte erstaunt, du Karl, das ist ein beeindruckendes Teil, das du da hängen hast. Karl grinst und sagte, war nicht immer so. Die moderne Medizin kann heutzutage wahre Wunder vollbringen. Ich hab mir das in einer Spezialklinik in Hamburg auf der Reeperbahn machen lassen. Hat 1000 Euro gekostet, aber wie du siehst, war jeder Cent gut investiert. Fritz war schwer beeindruckt und machte sich noch am selben Tag auf den Weg nach Hamburg. Sechs Monate später trafen sich die beiden Freunde wieder. Fritz strahlt über beide Ohren und erzählt Karl stolz, dass er seinen Rat befolgt und ebenfalls sehr zufrieden mit dem Ergebnis sei. Aber Karl, ich muss dir was sagen. Du wurdest abgezockt. Ich hab den neuen Dödel für noch 500 Euro bekommen und nicht für 1000. Karl konnte es kaum fassen und bat Fritz, ob er mal nachsehen kann. Also gingen sie wieder gemeinsam zum Pissoir und als Karl einen Blick riskierte, verschwand der besorgte Ausdruck auf seinem Gesicht. Er lachte laut und sagt, Haha, kein Wunder, das ist ja mein Alter.